Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Irina, du musst unbedingt im Bett bleiben, sonst rufe ich sofort den Professor. Nein, du wirst ihn nicht rufen. Du wirst jetzt tun, was ich dir sage. Ja, wie geht's dir denn? Was? Zusammenbruch? Ausbruch? Lass uns, lass uns. Heute ist wirklich kein guter Tag. Ich bitte, ich gehe. Aber ich wollte doch gerade... Nicht heute. Schön, dann gib mir wenigstens einen Kuss. Ja, aber schnell. Otto, wo warst du gestern Nacht? Ich war im grünen Kakadu, aber nicht zu meinem Vergnügen. Otto, lüge nicht. Ich war als Detektiv dort. Oh, jetzt ist es passiert. Ich sehe zwei Männer. Wo ist der andere? Dort. Na, dort. Nehmen ihn. Otto, hier stimmt das nicht. Hier waltet ein Geheimnis. Vielleicht ich sei ein Vampir. Oder noch was für Schlimmeres. Auf jeden Fall werde ich herausbekommen, was hinter dem Vamp aus Texas steckt. Troubadour, troubadour, spiel an der Gitarre einen Boogie nur. Nicht Serenaden, nicht Serenaden. Spiel einen Boogie, 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 Boogie mit Bravo. Du willst sehen, du willst sehen, sowas findet man auch in die Afro-Schön. Die Serenaden, die Serenaden. Sie kann ein Boogie, 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 Boogie-Tänze nicht verstehen. Nachts, 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 im Brüderkappadu. Nachts, 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 hat sich ein Langebuch. Nachts, 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 weiß ich nicht, was ich tue. Nachts, 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 im Brüderkappadu. Und das Blöde, lau' mir zu. In der Nachts, 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 im Brüderkappadu. Nachts, 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 im Brüderkappadu. Untertitelung des ZDF, 2020